Der Central Park kommt nach Bern und zwar ins Weierli. Denn so heisst das Sanierungsprojekt für die Freizeit- und Sportanlage im Weiermannshaus. Judy war von diesem Projekt sehr überzeugt. Es bringt nämlich mehr Liegeflächen für das Freibad, es gibt ein neues Hauenbad, es gibt ein Eishauen und ein Ausseneisfeld. Das alles sind top ökologischer Qualität. Und das Töpfchen auf dem I. Das Projekt war auch noch das kostengünstigste und überzeugt im Betrieb. Was will man noch mehr?